Heute gibt es ein neuer Teil von Christine und Matze fressen sich tot. Heute sind wir im Big Apple Diner in Luddigshafen. Und wir lassen uns mal überraschen. Dann werde ich versuchen. 1,5 Kilo Rindfleisch. Ja. Irgendwann wieder dabei? Der David. Die Jeffy. Und? Die kennt man ja. Ich finde es toll, dass mein Leben von einem Soundtrack begleitet wird. Von anderen Menschen. Das finde ich gut. Ich bin absolut erinnert. 1,5 Kilo Fleisch. Ich bin mir da relativ sicher. Und nach dem Kilo Schnitzel wäre ich auch vom letzten Mal wäre ich auch die 1,5 Kilo. Ja, aber das Brötchen muss mitgegessen werden. Nicht Bescheid. Ja, genau. Das Brötchen muss mitgegessen werden. Ich gehe nicht und schiebe es. Das Brötchen ist nur so, damit die Finger nicht fertig werden. Ah ja. Das ist eine Lebensweisheit. Okay, gut. Das ist unsere Bedienung. Cola. Nicht ganz so groß wie das letzte Mal. Boah. Jamm gekriegt. Kindvoll Kindsoi. Nicht ganz. Drecklichkeiten mit dem Papa. Ja, oh. Die rosa schon wegschlafen. Vor allem die Nase. Guck mal. So. Los geht's. Hau rein. 3, 2, 1. Ich habe hier alles mit Chili. Ein Chili-Cheese-Börer hier. Oh. Und Chili-Cheese-Pommes. Oh. Aus dem Durchfall. Oh mein Gott. Käse-Pommes. Und ich werde wieder beim Pommes-Essen gefilmt. Und die Jessie? Ich muss noch mal. Oh. Ja, die Mädels haben hier Berlitz mit Chili-Cheese. Oh. Yum, yum, yum. Neceti? Spare Ribs und Chicken Wings. Und Pommes. Und Pommes. Gute Arbeit. Das erste Stück habe ich gepackt. Ich bin noch guter Dinge. Also so sollte man nicht essen. Ey. Ich habe den Brot mit ohne. Oh. Mit zwei Händen ist er. Und die Hände. Ist das die Hände? Ja, aber Moment. Man muss verachten. Guck mal wie dick das Läsch ist. Als ob er das Zau gerade geschlachtet hat. Sieht echt eklig aus. Er schlachtet. Ein Kameramann. Oh. Die Hände. Was ist das Dünn du? Der letzte Bisse von meinem Burger. Jetzt noch mal die Hände. Dreck sauer. Und das Gesicht. Tomate. Noch ein Teller. Das eine ist übrig geblieben. Das will keiner essen. David, dein fachmännisches Urteil. Es war sehr, sehr lecker. Die Brötchen waren weich, nicht hart. Ob sie Stadion, weil wir haben, wissen wir nicht. Aber wir fangen Fleisch für diesen Burger, weil er es nicht gepackt hat. Ja, ich weiß, ich bin ein Loser. Hammergeil war's. Warni, die leckersten Zwerge aus meines Lebens. Das ist hart wie guter. Das ist doch schön. Das ist gut. Besser wie in Amerika. Da ist schon einmal Sparrow. Fand ich nicht. Das ist gut. Ihr habt gekehrt. Ihr habt gekehrt. Und die Christine? Super lecker. Ohne Witz. Ich hätte mich reinlegen können. Das ist so lecker. Der Matze hat's schon reingelegt. Ja. Willst du was ich morgen ess? Ja, bitte. Person gegenüber Kameramann sitzenden Typenburger. Mit Tätowierung. Das bin ich. Das Einzige, was man sagen muss, ist die Musik ist verdammt laut. Was? Ja, genau. Die Nachbarschaft ist versaut. Wer hat geklaut? Was hast du da jetzt gebaut? Wer hat euer Kind fassaut? Nichts hart sie erlaubt. Die Nachbarschaft ist versaut.